Hey Leute, willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Wir haben die nächste Leiche gefunden. Seht mal, da ist es. Und das untersuchen wir mal. Alfred, ich habe eine weitere Leiche gefunden. Sechs Opfer, Master Bruce. Wann wird dieser Albtraum enden? Und damit müssten wir, glaube ich, bald alle Leichen haben, um diese Nebenmission abzuschließen. Wo hast du denn das? Ein Kratzer am Bein. Krass, warte. So, scannen. Diese spezielle Art von Pigmentveränderung der Haut weist auf eine chemische Verbrennung hin. Vermutlich eine Substanz auf Chlorbasis. Aha, was ist das denn? Nach einer Tracheal-OP zur Beseitigung eines Krebsgeschwürs wurde dem Opfer eine Stimmprothese eingesetzt. Krass. Das ist krass. Unterm kleinen Finger ist irgendwas. Das Opfer hatte einen seltenen genetischen Defekt. Sechs Finger an einer Hand. Alfred. Der Name des Opfers ist Allison Wears. Sie war Ingenieurin für Ace Chemicals. Das erklärt auch viele ihrer Krankheiten. Vor ein paar Jahren zog sie dann in ein Altersheim in Bloodhaven. Direkt neben dem Heim befindet sich ein großer Park. Vergleiche den Park mit den anderen und überprüfe, ob er passt. Das tut sie in der Tat, Sir. Ich lasse Ihnen die Informationen zukommen. Der Zirkus des Bizarren. Auf seiner Route lagen alle Orte, an denen Opfer verschwunden sind. Erstell eine Liste mit allen zugehörigen Namen. Der Zirkus gehört einem recht verdächtigen Gesellen namens Laszlo Valentin. Suche nach Immobilien, die der Verdächtige gekauft oder gemietet hat. Laut den Unterlagen hatte Mr. Valentin früher einen Schönheitssalon in Gotham. Sein Vertrag lief aus, kurz bevor der Bau des Wayne International Plaza begann. Übertrage den Standort. Zeit, dem ein Ende zu setzen. Oha. Wer mag das wohl sein? Mit dem Namen kann ich jetzt ehrlich gesagt wenig anfangen. Naja, schauen wir mal, was uns hinführt. Hüppchensalon. Dieser nervige Nightwing ist in der Stadt. Und wer macht uns wirklich? Er ist hier! Einfach! Willst du fahren? Guck mal da. Pretty Dolls Parlor. Aha. Na gut, mal sehen, was dabei rauskommt. Ich find's hier sehr unheimlich. Hat das was mit... Hm, vielleicht hat das was mit Scarface zu tun. Und wir hören natürlich die Opernmusik. Hmhm. Ich frag mich wirklich, was das ist. Ich... Ich kenn's zumindest nicht. Oh. Ups. Oh ja, Leute, die Trophäen, das wird hart. Die werde ich natürlich auch alle Off-Camp sammeln. Achso, um euch mal ganz kurz einen Überblick zu verschaffen. Äh, es fehlt mir noch ein Gangfish-Deck, aber trotzdem hab ich erst 30% gelöst. Hier, die Man-Bad hab ich noch nicht gefunden. Das haben wir ja gemeinsam im Video gemacht. Feuerwehrmänner fehlen mir insgesamt noch 5... Ne, 4. Ich frag mich, wie viel... Wofür ich die noch finden soll. Ich hab wirklich viele abgesucht. Azrael fehlt mir noch. Dann hier haben wir noch ein bisschen was. Da bin ich ja gerade dabei. Die Minen hab ich alle gelöst. Doch trotzdem erst 48%. Ja, die ganzen Türme hab ich befreit. Riddler-Trophäen. Hahaha. Da fang ich jetzt mal nicht von an. Naja, und die Hauptquest. Also insgesamt hab ich jetzt, glaub ich, 50% des Spiels abgeschlossen, so wie ich das gesehen hab. Aber ja. Das meiste davon werden wir wohl gemeinsam machen, denk ich. In Form von Hauptmissionen und... Anderen Nebenmissionen, die dann spezielle Ereignisse hervorrufen. Oh oh. Die Sicht gefällt mir grad nicht. Und war die Kamera hier oben. Das war recht unangenehm. Vielleicht wär da jetzt beinahe was rausgesprungen oder so. Wer singt? Miteinander verflochten Naturfasern. Ah. Sägt der da gerade an einem rum? Ach du Elend. Bitte. Auf. Aufhören. Ich halt nicht mehr aus. Ich mach alles besser. Best pick. Boah, lass den Mann in Ruhe. Das war's, Valentin. Lass sie gehen. Nein, 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 nein. Pick, noch nicht fertig. Sie ist einzigartig und falsch. Völlig durcheinander und verdreht. Pick macht sie besser. Pick macht uns alle besser. Es ist aus. Aber Pick hilft dir auch. Mach dich perfekt wie die anderen. Du bist krank. Und was bist du? Ich bin hier, um dich aufzuhalten. Schnell. Schlecht. Schlecht. Pick ist wie Schlamm. Pick ist wie Gott. Pick ist hier zum Reparieren. Oh. 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 Genau, mein Liebling. Zeig ihm, wie perfekt du bist. Ganz soft. Sie macht mich unbesiegbar. Perfekt und unbesiegbar. Donner Schatz kennen keinen Schmerz. Natürlich kennen die Schmerz. Erhebe dich, mein Schatz. Er hat keine Macht über dich. Es ist, als wären sie immun gegen Schmerzen. Ich sollte dafür sorgen, dass sie liegen bleiben. Also wenn er da jetzt nicht liegen bleibt, dann weiß ich ja auch nicht. Verrichte sie, meine Schüttlinge. Nicht vergessen. Dääh. Oh. Das ist übrigens die beste Spezialfähigkeit, die ich euch gerade hier gezeigt habe. Mit den Batarangs. Kann man so viele auf einmal ausschalten. Die bleiben aber nicht liegen. Ich will die den Schlag hochgeben, aha. Aha. Oh, Piggy. Du hast dich schon ein bisschen zu oft bearbeitet. Kann das sein? Du bist nicht ganz sauber im Kopf. Guck dich mal an. Oh. Schweinebär. Lauf schnell wie ein Schwein. Du bist ein Schwein. Na was? Das war ein Köffer? Zack, zack, zack. Du Pennergesicht. Na. So. Du blöd, Mann. Jetzt heizt es aber. Ich glaube, die kommen unendlich, oder? Du Arsch, jetzt reicht es wirklich. Hässliches Schwein. Professor Pig. Wie sieht denn der aus überhaupt? Okay, der ist echt schon ein bisschen oft operiert worden. Ja, die Frage ist, wie mache ich das? Da ist doch ein Kasten, genau. Professor Pig, von dem habe ich noch nie was gehört, Leute. Ihr? Wahrscheinlich, aus den Comics. Mir wurde auch gesagt, ich soll mir Comics durchlesen dazu, um mehr über die Geschichte zu erfahren. Ist schwierig, da ranzukommen, glaube ich, teilweise. Aber dafür seid ihr ja da. Ihr könnt mir ja gerne sagen, wie das funktioniert. Und wie die Geschichte aussieht. So, jetzt. So eine Kackpratze. Der wird es echt verdienen, dass ich mit dem jetzt eine schöne Stadtrundfahrt mache. So brutal wie möglich. Ich bringe dich an einen Ort, wo niemandem mehr etwas zu leiden vor kannst. Ich tu niemandem weh. Pig, halt. Pig, licht. Diese Menschen erleiden ein Schicksal viel schlimmer als der Tod. Nicht tot. Glück macht das Leben lebenswillig. Die, die du getötet hast, sind kaputt, als dass Pig sie nicht parieren kann. Zu viele haben. Es waren die Dinge, die du nicht ändern konntest, an denen ich die Leichen identifiziert habe. So habe ich dich gefunden. Deshalb hast du gesagt. Nein! Ich versage! Pig, sei dir krank. Willst du es hin? Du hast ein Problem, Valentin. Der ist echt nicht ganz sauber. Ich hätte nicht mit ihm gerechnet, ehrlich gesagt. Ich dachte jetzt so an Zass. Zass taucht hier gar nichts auf. Raus mit dir, Valentin. Nein! Schließ! Deine Mutti ist mir total egal. Nicht gut genug. Nicht gut genug. So nah dran, als du mich aufhätest. Ich bin es besser. So viel besser. Na, Joker. Diese ganzen Penner sitzen alle jetzt in einer Zelle. Bäh. Totaler Spinner! Er ist zu gut für diesen Ort. Keine Sorge, du bist der Erste, den ich freilasse. Bäh. Ekelhafter. Na, Harvey? Du hättest dich heute Nacht nicht blicken lassen sollen, Dent. Wie oft haben wir das schon durch, Batman? Du bringst uns hinter Gitter, nur damit wir ausbrechen. Dein Leben ist sinnlos. Eine Farce! Nicht sinnlos. Befriedigend. Die Genugtuung ist von kurzer Dauer. Aber genieße sie, solange du kannst, denn nächstes Mal. Stirbst du? Ach, tu ich das, ja. Du schaffst es aus allen, das Beste hervorzulocken. Deinen Feinden, deinen Freunden, sogar aus besten Freunden wie Harvey. Sieh mal, er ist dieser Tage halbwegs interessant. Dank dir. Es ist aus, Lenz. Du kannst es nicht aufhalten, Batman. Das Feuer, das Feuer wird Gotham verschlingen. Die Gebäude, die Leute, sie werden alle zu Asche zerfallen. Der einzige Platz für dich ist hinter Gittern. Wo auch immer du mich einschwerst, Batman, ganz gleich wie dick die Mauern sind oder wie dunkel die Zellen, es bleibt immer eine Chance. Ein Flackern, ein Funke. Mehr brauche ich nicht. Das ist schön. Sieh mal, Garfield, Feuer ist ja ganz prima. Aber wie wäre es mit Säure, Elektrizität, Zangen? Komm schon, sei offen für Neues. Ja, ja, der Joker. Der will den Leuten, glaube ich, so ein bisschen hier Dummheiten einreden. Ähm, wo haben wir ihn denn, Professor Pig? Das ist der Pinguin, das ist nicht ganz Pig. Simon Stack. Simon Stack ist ein wohlhabender Wissenschaftler, Philanthrop, Entrepreneur und Gründer sowie Geschäftsführer von Stack Enterprises, einem Unternehmen, das auf fortschrittliche medizinische, biomedizinische Forschung spezialisiert ist. Als selbsternannter Visionär arbeitet Stack in seinem Luftschiff-Labor an der Entwicklung sauberer Energie und einer revolutionären, luftgetragenen Impftechnologie. In letzter Zeit sah sich Stack Enterprises mit Anschuldigungen von Menschenrechtsverletzungen in Bezug auf medizinische Versuche an Menschen konfrontiert. Simon Stack hat diese Anschuldigung vehement zurückgewiesen und sein Unternehmen wurde in allen Punkten freigesprochen. Ja, er ist ein Philanthrop, ne? Und genau aus dem Grund will er den ganzen Kram hier an Scarecrow verkaufen. Bäh, wie der aussieht. Aha, Laszlo Valentin, das ist ein Zirkusdirektor, Zirkus des Pizarren. Laszlo Valentin war ein vielversprechender Wissenschaftler, der infolge eines schizophrenen Schubes eine neue Persönlichkeit namens Professor Pig entwickelte. Pig gründete den Zirkus des Pizarren und ging damit auf Tournee. Wo auch immer er sich auffiel, traten mysteriöse Vermisstenfälle auf. Pig ist ein obsessiver Perfektionist und behandelt seine Opfer mit identitätsstörenden Medikamenten und invasiven Eingriffen wie Lobotomien, um geschlechtslose, fügige Menschen zu erschaffen, die er Dollotrons nennt. Wow. Ladies und gentlemen, Jungs und Mädchen, der Zirkus des Pizarren kam bald auf die Feuerstadt. Nie zuvor konnte man so viele talentierte Darsteller an einem Ort bestaunen und bewundern. Und lasst euch von Big Top verblüffen. Ist es ein Mann? Ist es eine Frau? Wer weiß? Aber es ist garantiert die gigantischste, absurdeste Fleischmasse, die ich sah. Seid beeindruckt von der akrobatischen Merkwürdigkeit der Sie am Tag. Ich garattiere offene Münze, wenn die diametrischen Brillinger den Grenzen des menschlichen Körpers trotten. Und zu guter Letzt lasst euch überwältigen und erschrecken auf den feldentzündlichen Wundernamen. Osporobleck. Leute, das müsst ihr sehen, um es zu glauben. Kommt herein und ihr werdet voran die Welt mit anderen aufgetreten. Kranker Tipp. Janosch, mein teuerster Sohn. Mein perfektes Kind. Ich nehme das hier auf, damit du nicht allein bist. Damit du weißt, dass dein Vater dich liebt. Daddy liebt seinen kleinen Pippen. Der Zirkus ist weit gereist und wir haben vielen traurigen Menschen Freude gebracht. Sie gehören jetzt zu uns wie eine große Familie. Jede Woche wächst sie. Jetzt fühlen sie keinen Schmerz, kennen keinen Kummer. Ich nenne sie meine. Dollar Trunks. In jedem neuen Heim, in das wir nachts ziehen, finden wir ein frisches Fleckchen Erde zum Leben. Geheime Orte, in vergessenen Teilen der Stadt. Hässliche Einöden, wo Einwohner unbewusst in unser bunt gestreiftes Zelt stolpern. Die Dollar Trunks grüßen sie als erste mit offenen Armen und perfekten Gesichtern. Am Höhepunkt der Vorstellung bringe ich sie zum Mut. Ich sage, sie sind begeistert von meiner Fantasie. Er will von meinem Geschick, wenn jeder in ein Kunstwerk verwandelt wird. Aber Mutter ist anspruchsvoll. Sie will mehr, immer mehr, nie zufrieden. Die Nacht fordert sie immer bessere Leistungen, um die Perfektion zu erlangen. Die Nacht zieht den Vorhang zu. Der Zirkus zieht weiter in größerer Zahl an ein anderes Fleckchen Erde. Am dunklen Horizont flimmern die Spitzen der Gebäude. Die Hitze und der Smog der Industrie bieten Kriminellen und Bestien Unterschlupf. Governeist sie. Janosch, ich sage dir, der Zirkus ist zu Hause. Der Typ widert mich an. Liebster Janosch, es wird Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Über deine Mutter, deine wirkliche Mutter. Ich erinnere mich nicht an ihren Namen oder wie sie mich fand. Mit Sohle-Sinn meiner Verzweiflung. Wie ein Engel wischte sie meine triste Welt dahin. So viel Schreie aus dem Verdärmen und schlag ihre Arme um mich. Sie war eine Schönheit, Janosch. Ein Meisterwerk, perfekt in jeglicher Hinsicht. Bis die Mutter ziehe sie krank. Stell dir meine Panik vor, als ich aus meinem Dämmerschlaf erwachte und ihr werksam. Zerkratztes Gesicht, boshaftes Grinsen, streifen zerrissener Haut. Die Nägel hatten ihre Arbeit getan, aber da war mein Samen schon gesät. Sein Leben hatte begonnen. Mutter hätte euch beide getrittet, hätte ich sie nicht aufgehalten und euch gerettet vor ihrer Wut. Tag und Nacht arbeitete ich, Monat um Monat, den edligen Ton formend, zum Erneuern der Schönheit, die ich in dieser Nacht gerettet hatte. Der Nacht, deine Erzeugung, sie klammerte sich an mich, als du wuchstest und ich sie wieder herstellte. Aber nicht, befriedigte die Mutter Ticke. Nicht. Ich tat alles, um sie zu reparieren, zu perfektionieren. Aber bei deiner Geburt erfrug ich es nicht mal mehr, die verdorbene Leinworte des Gesichts zu betrachten. Ich konnte nicht zulassen, dass dieses Gesicht D willkommen heißen würde. Ich musste helfen, Janos. Für dich. Für Mutter. Sie ließ mir keine Wahl. Oh Mann, dieser Typ. Leute, was ne kranke Sau. Ich will jetzt gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt weiter Spaß mit dem Spiel und mir natürlich. Wir sehen uns wieder zu Batman Arkham Knight. Bis zum nächsten Mal.